Wir haben den Türanker unten angebracht, stellen uns rein in die Stange und drücken von unten nach oben, sogenannte French Press, Bizeps drücken. Schauen, dass wir in der Ausgangsposition schon eine Grundspannung haben und dann gehen wir schön hoch. Spannung halten, langsam runter. Sogenanntes Frontziehen, beachten wir darauf, dass wir die Übung langsam und kontrolliert ausführen und ziehen zum Kinn hoch. Keine zu schnellen Bewegungen machen und langsam runter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben die Stange an den Knien als Ausgangsposition. Wir gucken, dass wir nicht den gesamten Arm bewegen, sondern nur den Unterarm. Der Oberarm muss den eigentlich an der gleichen Stelle bleiben. Und so kommen wir auch schön in den Trizeps rein. Am besten am Ende der Bewegung die Spannung halten und langsam runter. Und langsam runter. Diese Übung könnt ihr auch ohne Haltefixierung machen, so wie alle anderen Übungen. Ich bevorzuge, bei dieser Übung ohne Haltefixierung es zu machen, um die Bänder mittels einem Fuß zu fixieren. Versuchen immer die Spannung oben zu halten und langsam runter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die Hände greifen relativ weit unten an der Stange. Eine Hand ist ganz unten an der Stange, die andere ist oberhalb drüber. Ihr müsst schauen vom Handling her, gibt es eine ideale Griffposition für beide Hände. Die müsst ihr herausfinden. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Jetzt sind wir den Knien auf der Matte und gucken, dass wir mit den Händen relativ weit mittig sind, aber nicht zu mittig und die Bänder müssen links und rechts die gleiche Länge haben, dass wir einen idealen Widerstand auf beiden Seiten haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.